Börsen mit Top-Renditen wie Aktien und Anleihen in 2024 per Form. Darüber spreche ich mit Dr. Ulrich Stephan, dem Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, jetzt in diesem Interview. Schönen guten Tag, Herr Stephan. Hallo Herr Kerscher, ich grüße Sie recht herzlich. Herr Stephan, der Kapitalmarktausblick 2024 der Deutschen Bank trägt die Überschrift, gute Aussichten für die wichtigsten Anlageklassen. Nehmen wir da jetzt erstmal die Aktien. Wie gut sind denn diese Aussichten? Ja, wir glauben, dass es eine positive Rendite geben wird im kommenden Jahr, was an zwei Faktoren liegt. Zum einen sollten die Unternehmensgewinne zwar etwas niedriger reinkommen als von den Analysten im Moment prognostiziert, aber durchaus im positiven Bereich. Und das zweite ist, dass wir ab dem Sommer 2024 davon ausgehen, dass die Zinsen doch recht deutlicher von den Notenbanken zurückgenommen werden und insofern sich ein positives Umfeld ökonomischerseits aber natürlich dann eben auch für die Aktienanlage einstellt. Und für die Anleihen, wie sieht es da aus? Bei Anleihen gehen wir sogar mit einem Übergewicht in das Jahr 2024 hinein, insbesondere im Bereich der Unternehmensanleihen, guter Bonität. Hier gibt es wieder Renditen und durch die Zinssenkungen, die ich vorhin schon angesprochen habe, dürfte auch die gesamte Zinsstrukturkurve ein Stück betroffen sein, sodass hier auch noch potenziell zumindest Kursgewinne winken, zusätzlich zu dem doch recht, wie ich schon gesagt habe, ordentlichen Renditen, die ohne Inschutz erzielt sind. Aber für das globale Wachstum der Wirtschaftsleistung sind Sie ja nicht so optimistisch. Wie passt das denn eigentlich zusammen? Naja, wir haben typischerweise ja dann wieder bessere Börsen, wenn sozusagen die Konjunktur am schlechtesten ist. In Amerika sind wir nach wie vor auf einem guten Wachstumspfad. Das dritte Quartal ist ja sogar über 5 Prozent annualisiert nach oben korrigiert worden. Wir erwarten hier tatsächlich durch die Geldpolitik, die mit einer Zeitverzögerung wirkt, dann Anfang 2024 einen Abschwung, möglicherweise sogar eine milde Rezession. Europa wird nicht so richtig durchstarten vor dem Hintergrund, das ist schon wahr. Und auch die Weltwirtschaft relativ schwach wächst, was aber vor allen Dingen an den Industrieländern, aber auch an China liegt. Und wie gesagt, in diesem Umfeld sollten dann die Notenbanken die Zinsen senken. Das verbessert dann eben doch durchaus die Aussichten am Aktienmarkt. Ja, die Inflation geht ja bereits jetzt schon zurück. Denken Sie, dass das so insgesamt eigentlich im nächsten Jahr eher Rücken oder eher Gegenwind geben wird für Aktien und Anleihen? Ja, insgesamt glauben wir, dass es Rückenwind geben wird, weil die Inflation sich tatsächlich zurückbildet, weil dann die Notenbanken auf schwaches Wachstum plus schwache Inflation eben auch reagieren mit Senkungen des Zinssatzes und einer weniger restriktiven Geldpolitik. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen bei der Inflation. Wir haben durchaus ein paar administrative Preise, die ab nächstem Jahr steigen. Wir haben ja schon die Lkw-Maut, wenn ich jetzt nur für Deutschland zum Beispiel mal spreche. Die CO2-Bepreisung wird steigen, die Mehrwertsteuer für Restaurants und so weiter und so fort. Also es sind doch noch einige Dinge im Köcher neben den hohen Löhnen und auch natürlich den Energiepreisen, die man weiter beobachten muss. Die OPEC hat ja gerade beschlossen, die Förderquoten zu senken, dass die Inflation durchaus nicht linear verlaufen könnte, sondern gerade am Anfang des Jahres noch mal etwas höher ausfallen könnte, als wir sie im Moment sehen und vielleicht auch dann erwarten. Wie hoch schätzen Sie denn eigentlich das Risiko ein, weil Sie jetzt gerade das Öl ansprachen, auch vor dem Hintergrund der geopolitischen Risiken der Kriege im Gazastreifen? Wie hoch wird das Risiko sein durch die Entwicklung des Ölpreises? Also der Ölpreis wird natürlich auf der Angebotsseite ganz namentlich von der OPEC Plus bestimmt. Die, wie gesagt, haben nicht nur mit Saudi-Arabien und Russland ihre Kürzungen bestätigt, sondern die anderen Mitglieder auch aufgefordert, selbst Kürzungen bei der Produktion vorzunehmen. 900.000 Bärl pro Tag. Es ist nicht klar und der Markt scheint es nicht zu glauben, dass sich die OPEC wirklich an die eigenen Beschlüsse hält. Aber mal schauen, wie viel Druck hier ausgeübt wird. Auf der anderen Seite haben wir die Vereinigten Staaten von Amerika, die mit über 13.000, Entschuldigung, 13 Millionen Bärl pro Tag Rekord produzieren. Venezuela kommt zurück an den Markt, zumindest in Teilen. Also das könnte ein bisschen ausgleichen. Wir haben aber eine schwache Weltwirtschaft und unterm Strich sollte das einen Ölpreis bringen, der vorausgesetzt eben, wie gesagt, die Ukraine und auch der Mittlere Osten eskalieren nicht. Einen Ölpreis bringen, der so zwischen 80 und 90 in Richtung 90 Dollar pro Bärl dann trendieren wird im nächsten Jahr. Entscheidend für das Wachstum in den Industrieländern wird ja auch die Entwicklung der Industriemetalle sein. Das ist ja quasi, wenn man so will, ein Flaschenhals. Wie sehr, wenn denn Industriemetalle im nächsten Jahr auch im Fokus des Interesses stehen? Ja, die Industriemetalle liegen oder hängen natürlich vor allen Dingen an der Entwicklung Chinas. Da haben wir zuletzt schwache Entwicklungen gesehen. Deswegen waren die Industriemetalle auch nicht so richtig gut. Wir glauben aber, dass China möglicherweise ein bisschen stärker wachsen könnte in 2024 als in 2023. Hinzu kommt, dass wir die meisten dieser Industriemetalle eben auch brauchen für den grünen Umbau, für die erneuerbaren Energien, für E-Mobilität, insbesondere Kupfer ist hier gefragt. Und deswegen glauben wir, dass nach vorne hin diese Industriemetalle ganz gute Entwicklung nehmen können. Und wir präferieren also auf der Rohstoffseite insbesondere Kupfer, daneben aber auch Gold als Absicherung und mit niedrigeren Opportunitätskosten bei sinkender Zinsen. Ja, Gold sollte uns noch ein extra Wort bzw. eine extra Frage- und Antwortwert sein. Jetzt gerade über die 2.000 US-Dollar. Was wird der Goldpreis im nächsten Jahr denn Ihrer Ansicht nach nachher geben? Ja, er könnte durchaus noch ein Stück weit steigen vor dem Hintergrund, dass die vor allen Dingen Notenbanken ihre Währungsreserven sehr stark diversifizieren und die großen Käufer für Gold sind. Darüber hinaus ist es natürlich immer eine Absicherung für Eventualitäten. Würde es nicht übertreiben mit der Positionierung im Portfolio, hängt immer auch an den Risikopräferenzen der Investoren, aber ein bisschen Gold für Eventualitäten im Portfolio bei sinkenden Zinsen halte ich durchaus für eine gute Idee. Natürlich ist sozusagen jeder Anleger ganz unterschiedlich aufgestellt, aber ich sage mal, wenn man so das grobe Ganze und das ganze Bild sieht und sich 2024 anguckt, wie denken Sie, wäre ein Anleger gut beraten, in das nächste Jahr zu gehen? Ja, wir glauben eben, oder ich glaube auch, dass beide große Anlageklassen gut performen sollten. Das ist auf der Anleihenseite der Fall mit schon relativ guten Renditen potenziell fallenden Zinsen, hatte ich schon erwähnt, Unternehmensanleihen. Ich würde aber auch die Staatsanleihen nicht aus dem Auge verlieren. Hier ist gerade auch dann, wenn Ungemacht droht, und wir werden sicherlich auch 24 wieder Überraschungen erleben, an die wir heute nicht gedacht haben, dann sind Staatsanleihen, gerade Bundesanleihen oder amerikanische Treasuries, immer wieder gefragt. Also aus diesem Grunde würde ich auch die durchaus mit ins Portfolio nehmen. Übergewicht fahrend am Anfang des Jahres, würde aber auch einen hohen Anteil an Aktien mit dabei haben, insbesondere die Unternehmen, die strukturelles Wachstum in einer Welt niedrigen Wachstums aufweisen. Ein paar defensive, beziehungsweise Value-Werte dann aus Europa dazu, wie beispielsweise die Finanzen oder auch die Industrie, die wir auch brauchen für die gesamte Infrastruktur, die gebaut werden muss. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten und dann darüber hinaus ein bisschen was an dem, was wir Alternative Investments nennen, also Immobilien, die einen Boden finden könnten in 2024. So auch ein bisschen differenziert betrachten, das Thema Rohstoffe oder eben auch die echten Alternative Investments wie Private Equity oder ähnlichen Dingen, die wahrscheinlich mit sinkenden Zinsen dann im nächsten Jahr wieder besser laufen, als sie das in 2023 getan haben. Mit Aktien und Anleihen sind Anleger in 2024 tendenziell gut beraten, aber Augen auf bei der Auswahl, sagt Dr. Ulrich Stephan, der Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Stephan. Sehr gerne, Herr Kerscher.